Ein wunderschön. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Uncertain, beziehungsweise The Uncertain, wie auch immer. Wir werden mal gucken und mit dem hier sprechen. Oh, okay. Gut. Das ist auch wieder zu groß hier, ne? Können wir die mitnehmen? Okay. So, dann reden wir hier. Das müsste Schwester Abigail sein. Hello? Uh... Hallo, ich bin RT217NP. Und du? Ich bin ein Medikament, MBR411, Abigail. Mein Ziel ist die Behandlung der Patienten. In der Absenz der Menschen sind meine Skills nicht mehr. Also engagiere ich mich mit anderen Dingen. Probleme mit dem Licht? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Wie lange hast du hier? Looks like this building has been abandoned until recently. Oh, just a couple days. We were looking for a building that could be our HQ. A hospital suits us well, because we can accommodate many humans here. Besides, it's close to the area where we plan to meet a group of survivors from the shuttle. Sadly, something went wrong. Thank you for the information. No problem. You're welcome. These cabinets contain provision. It is not expired yet. Gut, das ist gut. Der Computer ist nicht... Ich guck mal, ob wir jetzt diese Sicherung hier mitnehmen können, die hier rum lag, wo er sagte, die brauchen wir nicht. Ich kann nicht diese Fuse überhaupt nicht nutzen. Okay. So, ich guck mal hier noch. Hier war noch eine Tür. Machen wir mal auf. Okay, machen wir nicht auf. So. Alt. Alt. Wie gesagt, die Steuerung ist manchmal hier ein bisschen tricky, wenn die Kamera umschaltet. Okay, dann gehen wir da hinten noch durch. Wenn wir erstmal das hier alles erkunden sollen, dann gehen wir natürlich jetzt da lang. Was haben wir da? Aber nimm ihn doch einfach mit. Aber quittig ohne Ende. Aber quittig ohne Ende. Das ist immer so eine sehr interessante Frage. Na, wieder nicht so hochauflösend. Ja. Okay, kommentarlos haben wir uns das angesehen. Ja, dann reden wir mit dir hier. Komm. RT, looking around. How are you doing? Have you met the others? I met Abigail. I guess she is your assistant. Her speech is not typical for a robot. I also talked to Patrick. He asked for help with the power supply. I was just going to do it. I also met Nick. He looks very damaged. He was busy, so I didn't bother him. I see. You probably have questions. Ja. Yes, you are right. Tell me more about humans. I obviously don't have reliable information. Our knowledge about humans is not complete yet. As soon as we found out there are small groups of humans hiding in the cities, we realized that the self-destruction story was not true. We know for a fact that the USS locates humans and disintegrates anyone who saw them. That is why leaving the shelter is very risky for all of us. We also know that the USS does not destroy humans, but transfers them somewhere on shuttles. One of those crashed near you. We still do not know where the USS moves the humans. It is not clear why the shuttle crashed. I tried to reboot the pilot, but failed. The pilot was our ally and he could tell us about the crash, but we do not have the equipment to repair him. His memory chip was damaged during the crash, but most of the data is still intact. So the pilot that hijacked the shuttle was supposed to save the humans from being transferred to the USS? That is right. The pilot was supposed to save them and bring them here. Most likely he knew the original USS destination. I see. Thank you for the answers. I will return to my current task. Alright. Okay. Wir lassen uns mal überraschen. Können wir jetzt hier unten runtergehen? Denn wir müssen ja immer noch unseren Auftrag hier erledigen. Immer noch nicht. Müssen wir vielleicht den Raum hier noch untersuchen, wo wir... Wo wir drin waren? Ne, da kommen wir ja gar nicht hin. Da war noch was. Warte mal. Da geht's noch rein. Ach, das ist die kaputte Tür. Ich muss hier ein paar Kontaktanten finden. Acrylic paint. Ineffective. Only outdated robots are covered with this type of paint. Okay. Da. I found one electric contactor. I should look for more in case it is not enough. Okay. Schauen wir mal. Das ist es nicht. Da ist einer. Okay. Second contactor. The task would be easier if I had infrared vision or an item scanner. Ja, wer hätte das nicht gerne? An empty metal container. Da oben ist doch was, habe ich gesehen. By an infrared contactor. It appears intact. Da ist doch was drin, nee. Können wir gar nichts aufmachen. Haben wir hier irgendwo noch was? Muss ja. A tool kit. I could bring it along, but I do not think I will be back to the workshop anytime soon. Oh. Doch so lange sollten wir hier bleiben, ja. So, haben wir? Haben wir nicht alles? I have no high temperature protection. This device could stop a fire, but it is too bulky to carry around. And besides, it is not functioning. Toll, da brauchen wir es auch nicht mitnehmen, wenn es nicht funktioniert. Aber... Aber... Ja, aber es reicht aus. Aber wir haben... Da ist doch einer. Okay. Dann los. Did you find the contactor? Ja. Yes. This is all I could find. Good. Now I can finish my work. Thank you. Bitte. What else can I do while I am here? Nothing for now. Thank you once again. I am glad to be of help. Okay, Nick ist der im Rollstuhl. Dann gucken wir mal. So, mein Freund. Was hast du denn? Thank you for coming, RT. It is good that you joined our organization. Gregory told me that we have all been deliberately misinformed about what we are doing. What happened to the humans. Although USS Robotics have never approved of humans, I always felt curious about them. I read their books and explored their items that I found. The corporation failed to stop me, only because I blocked automatic updates. You are right. Most robots downloaded the malicious update and are now indifferent to humans. In fact, they alarm the police at the detection of any human or robot who has been in contact with a human. The fact that the police arrived so quickly at the crash site is unusual. I hope we can figure out what happened. At first, I assumed that it was you who led them to the crash, but then I discovered that you did not send an alert to the police. This must mean that you have not been contaminated by the update, and I do not have to interfere with your intellectual block. Then again, Gregory will fill in the details. I just wanted to ask for some help. We are restoring the building's main systems. I fixed the intercom, so now we have the internet. The only way anyone can detect us is if we let them. RT, the servers are on the basement level. Could you please start servers number 1, 3 and 4? 1, 3 and 4, okay. Then make sure all the nodes are functioning and activate the connection to the internet. After that, please return here. Okay. I will do what I can. Okay, 1, 3 und 4, das merke ich mir. Und wie ich gerade sehe, sind wieder von einem tollen Spiel Binary Domain seitens Sega Content-ID-Treffer gelandet worden, gesetzt worden. Ist auch egal, kümmere ich mich später drum. Hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun. So. Ähm. Was haben wir hier? Okay, ja, dann nimm raus. Es ist ein Fuss, aber es ist gebrochen und wird nicht funktionieren. Okay. Hier ist wieder eine Ladestation, guckt mal. So, das heißt, wir müssen hier hin. Diese Zette, die gucke ich mir vorher mal an, bevor wir dann da wild an den Knöpfen rumstellen. Tom, danke für den gestrigen Abend. Ähm, die Ausstellung war, ähm, 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 amazing, ne? Also, überragend. Die weißen Hasen waren so süß, äh, äh, und so niedlich. Äh, ruf mich dieses Wochenende an, Trisha. Küsschen, 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 Küsschen. Hm. Was haben wir hier? Das ist die Internetstation. Dann machen wir es auf. Warum auch immer. It is missing a fuse. Lass mich raten. Kommt mal her, komm mal her. Bevor wir jetzt in dreimal hoch und runter rennen, ja. Es fehlt jetzt eine Sicherung. Wir haben jetzt festgestellt, dass wir eine Sicherung brauchen. Also, es, äh, das ist ein bisschen... Ich weiß, äh, warum sollte er das vorher mitnehmen. Ist alles, auch alles keine Frage, alles kein Ding. Die Sicherung sollte funktionieren, ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich schon die Möglichkeit habe, dann wäre doch so ein Inventar und ich nehme diese... Genau. Dann wäre es doch super, dass ich das vorher mitnehme. Einfach auch, um vielleicht Weg zu ersparen. Ja, auf der anderen Seite, wie will man es sonst machen mit einem begrenzten Inventar oder so, ne. Das ist ein bisschen schwierig. Kann ja auch nicht Unmengen hier mitnehmen. So, jetzt können wir ein bisschen die Sicherung einsetzen. Aber war das Blaue schon mal aktiv? Okay, den Router starten. Da ist der Router. Ähm, pass mal auf. Wir wissen ja, dass es ein Chip gibt, ne. Und der Chip ist... Ich hätte mal vorher unten gucken sollen. Jetzt hätten wir doch doppelt und drei. Dazu müssen wir jetzt in den, äh, den Raum vom Chef hier gehen. Da drüben, komm. Huch! Okay, so. Hier ist wahrscheinlich das passende Teil, was wir brauchen. Wenn es funktional ist, dann kann ich den Router in der Serverstelle fixieren. Okay, und los geht's. Was auch mitunter sehr gewöhnungsbedürftig ist, dass man hier eine getrennte Steuerung hat. Also, die Bewegung findet wirklich mit den Cursor-Tasten hier statt. Und die Aktionen und Aktivitäten halt mit der Maus. Also, sprich, dass auch die Kamera leicht bewegt wird und, 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 und. So, den Router. Los! Dann können wir das jetzt einsetzen. Aber was ist das Blaue hier eigentlich? Okay, dann starte ihn. Okay. Und dann müssen wir jetzt noch eins, drei und vier. Okay. Okay. Was haben wir hier? Starten die Servers ist die höchste Priorität. Ähm. Eins. Drei. Und vier. Ich starte die notwendigen Servers. So, wo ist der? Guck mal, hier sind Schrottteile. Ah, ich sehe was. Guck mal hier. Da ist er. Ich hab's gesehen. Äh. Nochmal. So, jetzt. Es ist der gleiche Switch, die für das Switchboard braucht. So, dann hätten wir den Schalter. Komm, Artie. Und den Schalter packen wir hier rein. Was müssen wir da jetzt machen? Guck mal hier. Eins, eins, null, null. Okay, das war jetzt so schwer. Ist nicht euer Ernst. Okay. Warte mal. Ähm. Nein. Komm. Jetzt aber. Äh. Narf. Jetzt. Okay. Dann gehen wir jetzt. Ah, guck mal hier. Connect. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder so ein kleines Puzzle machen. Starting local server. Bob-Bob-Check-Service-Datus. Server an Nummer 1. Ich habe mein Arbeit. Ich muss zurück zu Nick. Da stand gerade aber auch. Eins, fail. Okay, okay, fail. Aber es ist dieses 1-3-5, was wir aktiviert haben, ne? Wir hätten wahrscheinlich keine anderen aktiv machen dürfen. Wir haben es schon richtig gemacht. Dann gehen wir jetzt zu Nick, dem, äh, äh, netten Roboterherrn da in dem, äh, ne? Was mich wundert ist, die Roboter scheinen ja auch anhand der Stimme zumindest ein Geschlecht zu haben, oder? Was natürlich sehr unlogisch wäre. Ich sehe eine aktive Verbindung, aber es dauerte mehr Zeit, als ich erwartet. Hat etwas falsch gemacht? Äh, eigentlich nicht. Ja, ich brauche ein paar Details, aber es ist jetzt alles okay. Gut. Das Kommunikationsprobleme ist dann geschlossen. Abigail und ich haben einen portable Intercom für dich. Und ich setze eine protektive Verbindung auf ihn. Geh es. Du wirst es auf deinem ersten Aufstieg brauchen. Wie, der erste Auftrag? Okay, was wird es sein? Gregory wird dich jetzt in die Details. Ah, okay, dann gehen wir zu Gregory. So, everyone is here. As you already know, a group of humans we intended to accommodate have died in a crash. Abe was disabled. Next thing, we have a new task. Yesterday, our informer, police robot F2, should have brought us Datadisc with important information. He did not show up and there is no contact with him. We must obtain that data. Our plans will be compromised if the USS gets it first. We cannot enter our informer shelter because we will be detected the moment we step into the city. But police does not know about you, RT. So your task is to go to the city and find out what happened to F2. Informant, wir haben echt nur eine Möglichkeit, uns zu entscheiden. Welcher Datenträger? What sort of information is on the Datadisc that I need to find? We do not know, but we definitely know that it will save many human lives. Okay. F2 could not disclose such important information through the internet. It would be too risky. Let's hope, then, that the data was worth the risk. We have no doubt in that. You may contact us and report the situation. Nick provided you with a portable intercom with an encrypted transmission channel. You cannot be traced. But to avoid suspicion, I do not recommend to use it very often. Alright, I see. That is it. Let us move forward. Patrick, prepare the Aerocar for the flight. Alright. Nick, check the communication once more. Abigail, give RT his plasma cutter. Ja, I should, den muss ich abgeben. For eine Batterie, die ich vielleicht dann gebrauchen könnte. appeal